Hallo liebe Strandfreunde, ich bin's wieder, Sandra von Beach Inspector und das hinter mir, das ist der Playa de Algarobo Costa. Dies ist ein Sand- und Kieselstrand einige Kilometer östlich vom Ort Torre del Mar in Andalusia an der Costa del Sol. Dieser Strand ist ziemlich touristisch, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich hier direkt am Strand große Ferienanlagen mit Ferienwohnungen und Apartments rein. Dieser Strand ist vor allem bei Familien sehr beliebt, denn hier ist das Wasser sehr klar. Das heißt, die Kinder können hier super schnorcheln, es gibt Kinderspielplätze und sogar Beachvolleyballfelder. Außerdem ist dieser Strand barrierefrei und es gibt zwei Scheringitos, die euch mit regionalen Fischspezialitäten versorgen. Direkt an der langen Strandpromenade, die mit Palmen begrenzt ist, gibt es zahlreiche weitere Restaurants sowie Shops und Souvenirläden. bis zum nächsten Mal!